So, heu ja, heu ja, heu ja, heu ja, heu ja, heu ja, heu ja. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft-Mörder zusammen mit, äh, Semmy. Semmy. Hallo. Semmy. Nicht schon wieder. Läuft. Läuft bei mir, was? Ja. Ich kenn aber auch noch ein richtig ekliges. Wo, wo, wo bin ich hier? Ähm, in Minecraft-Mörder. Juhu. Ey, ich hab das ewig nicht mehr gespielt. Bye, have a great time. Spiel schon. Schade. Alter, was ist das denn für ein hässlicher Skin, ganz ehrlich? Halt dein Maul. Bye. Ich sag jetzt schon mal, ich hab wirklich bei Aufnahmen eine Kunst. Darin, den Mördern direkt in die Arme zu laufen. Das war's ja wohl wirklich komplett. Hi. Der Killer. Ich bin der krasseste Mörderer. Es sind aber... Nein! Ah, fuck! Ja gut, aber das ist irgendwie immer. LOL. Komm mal her. Das ist nicht dein Ernst. Hihihihihi. Wo bist du? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. I can't see you. Kannst du gar nicht? Kannst du gar nicht? Das ist eine Lüge. Kann ich auch nicht. Ist sie tot? Nein. Fuck! I can't see you. Kannst du gar nicht? I am the ghost. Ah! Ich schlange in der Wand. I... I follow you. I'm winning. Hi. I can't see... What the... Okay. Du wolltest es so. Ich mache es auch so. Nein, geh weg. Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Weiß ich nicht. Wo sind sie denn, meine... Mein Fräulein hier? Oh, da sind sie. Hi. Nope. Fuck. Yes. What? Du hast wirklich Bock, du Sack. Geh weg. I Sack it. Geh weg. Geh weg. Fuck! Die Position. Also, was machst du denn da? Darüber reden wir nicht. Also, das sieht ein bisschen mehr als falsch aus. Weißt du, was bei mir noch ist? Ich nenne diese Platte da, die man mit Eiern macht. Nicht Eierkuchen, sondern Pfandkuchen. Ja, ist bei mir genauso. Weil ich die gefunden habe. Weil da Pfand drauf ist. Kannst du eintauschen. Kannst du eintauschen. Genau. Kannst du eintauschen wegen Geld. I can't see you. What the fuck? Ah! Okay. Okay. Ich steh in dir. Ich steh in dir. Ich steh. Ich steh. Ja. Hast du noch irgendwelche Worte? Ich steh in dir. Hätte der irgendwie einen Green Ninja als Namen gehabt. Alter, ich hätte so gesagt, der hat ein bisschen zu viel Ninjago genutzt. Aber hätte ich gefühlt. Das ist sie in dir. cold. Drei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020